Das ist der ein Traditionell mit Ike Leotox mit seinem Mewtwo und das ist Winners Finals so, ja, WF. Winners Finals. So. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Matchup, denke ich, weil Ike ist ein ziemlich, kann teilweise aggressiv spielen, aber eher so ein etwas langsamerer, so ein bisschen semi-zoningartiger Charakter und Mewtwo kann unglaublich aggressiv spielen, unglaublich agil und eine unglaubliche Glass Cannon. Okay. SDN, auch ein sehr guter Spieler, habe ich gehört. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall einer der Besten hier im Norden. Ich glaube, eventuell, welch bin ich der Dritte oder Vierbester und hinter Tariq und Robin GG ist er so ungefähr ein Paar mit Ruben. Und Leotox ist auf jeden Fall jemand, der auch sehr stark ist. Also, ich glaube, der ist, ja, der ist auch zweiter, das sieht aus dem guten Grund halt. Okay. Also, das wird ein interessantes Match. Oh. Esther Stock, schöne Backl, wie man das so kennt. Jetzt ist es wichtig, kann hier der SDN den Stocklead halten und, na, stimmt doch nicht. Ich dachte schon, ich hätte es gekürzt. Die Kameras sind ein bisschen falsch rum. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Also, das wäre ein schöner Aspekt gewesen. Wie warst du die Erfahrung für dein erstes Turnier hier? Ja, sehr aufregend. Also, ich bin ja hier nur zum Zuschauen erstmal. Aber ich finde das schon, das ist mal was anderes. Das ist sowieso das erste Mal, dass ich auf so ein Turnier-mäßig unterwegs war. Doch. Ist auf jeden Fall wert. Das finde ich ein unglaublich guter Juggler hier, gerade von SDN. Schön, den Stocklead holt. Insgesamt einen ganzen Stock. Also, wenn er das weiter ruhig und entspannt spielt, könnte er den Wind hier ziemlich safe holen. Jetzt kommt die Pressure. Schön, du gehst ab. Da sieht man echt die Kraft von Mewtwo, einfach wie explosiv dieser Charakter sein kann. Es war eventuell schon, schon hat SDN einfach 70% jetzt gekriegt. Durch einen neutral loss. Ja, aber letzte Runde haben wir auch gut gesehen, dass SDN trotzdem noch diese Prozentzahlen rausholen kann. Das ist der Wahnsinn. Also, das wäre ein wunderschöner Read gewesen. Oh, das wäre echt ein genialer Read gewesen. Ja, SDN, der weiß, der kennt seine Prozentzahlen. Also, wenn du in den guten Prozentzahlen stehst, in der bei 150% ist, stirbst du auch aber bei 50%, weil er ab eher tot. Das ist echt sein, da muss man echt auf den Füßen stehen bei ihm. Jetzt ist er auch auf einmal even Prozent. Also, sein Stock ist auf einmal weg gewesen. Und, ja, even game. Einfach jetzt so. Da wird der SDN hin und her geschwänzt von dem Mewtwo. Oh, der Read. Okay, SDN erkannt, er immer gefährlich. Oh, da wollte er mehr, als er haben wollte. Tänzeln rum. Schöne Bäcke. Gut, die Santa Gold. Oh, sauber gemacht. Sauber gemacht. Das war ein sehr schöner Move. Wo das Match noch viel Teile, als er erwartet hat, muss ich sagen. Ich probiere, dass die Charaktere gleich mal die freistliche Stage. Hast du diesen, warte mal, ach so einfach, ich habe das Gefühl, wir werden einfach nur noch Pokémon Stable 2 sein, gefühlt. Irgendwie schon, ja. Es ist echt lustig, in jedem Smash League gibt es immer diese eine Stage, die ständig genommen wurde irgendwann. Es ist halt sehr gute Cut-Pressure. Krass. Wieder eben. Ist echt ein gutes Hin und Her, muss man sagen. Uh, wunderschöner Cross-Alar. War mit dem, mit der Bär hier reingehämmert. Fast gekillt, fast gekillt. Ja, entspannt, einfach die Stage nehmen. Kann nichts passieren. Und dann stirbt er. Und dann stirbt er. Es ist doch was passiert, wer hätte das gedacht. Oh, die Juggle-Kommos. Kommt der Reed. Miss-Grab, Miss-Grab. Gut abgefangen. Guter Nutel hätte ich einfach. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus, was die beiden machen. Und schon wieder eben. Das ist krass. Die beiden sind auf jeden Fall, oh, wunderschöne Confirmation. Weggeschlagen. Ob das so ungefähr laufen wird, wie beim vorigen Game, oder so, was das Tempo angeht. Dass es dann immer so leicht im Advantage bleibt. Werden es sehen. Auf jeden Fall. Das ist ja auch schon bei 100% zahlt. Aber letzte Runde hat auch immer wieder gut rausgehauen, ne? Also, das kann sich wieder ganz schnell ändern. Du musst den Kill vorhaben. Oh, jetzt ist es gefährlich. Jetzt ist der Mewtwo in den Killprozenten. Ein, der will den killen. Und er ist nicht mehr tot. Werft die Spieler mich hinein? Ich kann nichts sagen, ohne dass es was anderes gesagt wird. Okay, das... Oh, der Reed. Das wurde 10 Millionen Jahre vorher gelesen. 2-0. Das könnte eventuell 3-0 werden. Da muss ich den Tox eventuell das ausdenken. Die Frage ist, ob die Stage auch optimal eigentlich ist. Ich glaube, das ist einfach eine Comfort-Stage für die meisten Spieler. Ja. Obwohl die State... Das Ding ist interessant. Pokémon Stadium, das weiß ich eigentlich nicht. Sozusagen die neutrale Stage, die wir haben. Das wäre an sich gesehen Small Battlefield. Zumindest so, wie ich weiß. Oder vielleicht... Ähm... Die Kämpfe am Ledge, das ist immer sehr intens, finde ich. Das ist vor allem sehr spannend, weil Ike hat an sich... Eine der größten Schwächen ist halt von Ike, dass er keine gute Recarry hat. Und das macht das schon echt nervenaufragend da zu sehen. Wie er da echt sauber und gut recovert, muss man ihn echt drauf geben. Ja, sehr gut. Schön. Jeder erstes Stock von der Stand. Also... Das sieht nach mit 3-0 aus zur Zeit eventuell. Wenn es so weitergeht, auf jeden Fall. Was siehst du so über das Sets? Oh mein Gott, das war ein wunderschöner Beat. Oh, krass. Heftig wie ich... Das war heftig. Das ist das Momentumwechsel, das ist die Frage. Die Antwort scheint zur Zeit Ja zu sein. Keines sehr wiederholen. Keines extenden. Keines extenden. Und... Dissetrotz, sehr gute Combo. 58%. Es kommt mehr, es kommt mehr. Er schlägt ihn, er schlägt ihn. Estern kommt nicht raus. Guter Feuerball-Change. 114%. Das ist... Uh, da wollte er viel. Hätte auch funktionieren können. Das wäre echt der Game-Chatter gewesen, muss man nicht sagen. Das ist leer. Beide in hohen Prozenten. Mewtwo leicht, das heißt, er kann jetzt schon durch einen Warren-Hit sterben. Die klassische Abbie an der Kante. Wenn ich eigentlich spiele, dann mache ich das auch gerne. Weil das ist... Oh, schuldigung. Die Abbie an der Kante ist halt eine der Sachen, die unglaublich safe sind halt. Okay. Du kannst so gut wie kaum gepunished werden, weil... Die Abbie ist halt einfach... Und weg ist er. Die Abbie ist einfach ziemlich safe und... Und wenn du an der Kante bist, kannst du halt kaum dafür gepunished werden. Also du musst schon ex ziemlich hart vorbereitet sein, um die Abbie into Ledge-Grab halt zu punishen. Ah, der hat in den Parry verkackt. Idee, event game. Wir hatten das davor. Die Frage ist jetzt, kann jetzt Linotox den Cursed-Sets brechen und diesmal ein Match holen? Das könnte auch... Das ist sehr wichtig. Der ist nämlich... Ja. Ein Match davor, das Set zu verlieren. Was denkst du? Willst du ein weites Match spielen oder willst du ein neues Match sehen? Oder willst du einfach... Willst du ein... Ich sage, wie es der das clean macht eigentlich. Wie stehst du dazu? Ne, ich würde gerne ein interessantes Match sehen, ja. Also... Die können das gerne noch viel länger machen. Das würde mich auch freuen. Weil Linotox schafft es ja, ihn immer so weit zu bringen, dass er ihn killen könnte. Aber dann kommt er irgendwie nicht weiter heraus. Er ist wirklich echt... Au. Er lebt noch. Krass. Er hat noch die Chance. Jürgen, du kannst es noch schaffen, wenn er nicht gebärt wird. Okay. Guter Cross-Up. Kein Durch. Beide über 110%. Das killt nicht. Oh, da wollte er es haben. Wenn Linotox das jetzt schafft, hat er den Curse gebrochen. Genau. Will er es schaffen, will er es nicht. Oh, der Schwanz. Der Schwanz. Er hat den Geschwanz. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Es geht weiter. Es bleibt spannend. Ich glaube, er hat es echt mal diesmal geschafft. Wäre ich bitter gewesen, wenn er da drei Last-Hit-Matches da verloren hätte. Oh ja. Das wäre auch irgendwie Sünde. Also... Wenn man schon... Ist das jetzt sein... Ist das jetzt das Match für das Finale? Das Match für das Grand Final. Ach so. Okay. Das wäre bitter, wenn er da 3-0 rausgehen würde. Er hat dann Chancen, aus dem Losers wieder was zu kriegen. Aber halt... Das ist so bei... Wenn man sich so die Statistiken anguckt, dann sieht man teilweise nicht, wie knapp so ein Match ist. Wenn es 3-0 ist, dann weiß ich nicht... Oh, hat er ihn gestompt oder war jedes Last-Hit-Last-Doc halt? Pfff... Das war... Das war... Ich glaube ganz mal im Ernst... Ich glaube, SDN will jetzt das Set abschließen halt. Er hat gesagt, okay, ich habe jetzt das Match verloren. Jetzt will ich aber, ehrlich gesagt, in Ruhe des Grand Finals einfach kommen. Und jetzt Linotokski aus dem Weg. Ich schläge ihn jetzt. Boah, er hätte fast den Weg gehabt. Der ist auch jetzt gerade unglaublich aggressiv ran. Also er lässt Linotoks nicht atmen. Jetzt sind wir back to neutral. Ist denn auch mit einem wunderschönen Stock-Lead? Die Frage ist, wie kommt Linotoks zurück? Was denkst du? Da bin ich überfragt. Also, ähm... Wenn Linotoks jetzt so richtig aggressiv spielt, glaube ich, dann kann ich ihn vielleicht holen. Weil SDN fängt ja das auch an, aggressiver zu spielen. Ähm, ich glaube, das kriegt er hin. Da schlägt er hin. Uff, das ist natürlich kritisch, ne? Also, das 3-1 jetzt schon hier, das ist bitter. Oh, da wird er zu lange gewartet. Und da hat er schon so hohe Prozentzahlen. Also er kann ihn jetzt killen. Er muss diesen Killshot bringen. Sonst wird es echt kritisch fehlen. Zweifel-Stadtzone ist schon echt eine Meisterleistung dann. Das hat ihn nicht gekillt. FD-Ich. PS2 ist halt echt stark. Äh, riesig. Voll. Und er bleibt drin. Oh. Das ist halt verdammt stark auch von SDN, dass er das hinbekommt. Mhm. Diese Prozentzahl so hoch zu jagen, obwohl er selber schon so weit ist. Ich glaube, jetzt kann er in 2-Up-R sogar killen. Weil er die Rage hat. Das wird es nicht mehr. Uff. Äh, es bleibt aber spannend. Also es sieht nicht gut aus für Linotoks. Aber wer weiß. Letzte Runde hat Linotoks das ja auch noch geschafft. Das stimmt. Der Chap hätte was gekillt. Okay, jetzt sehr guter Confirm. Einfach rein. Einfach rein. Oh mein Gott. Damn. Einfach gelesen. Das war krass. Das war krass. Ja, das war krass. Ne Caoge, das immer krass. Wie krass.